ja da kommt schon da sind echt viele passwörter warum ist auch das schwerer geworden ich will den kacken Computer jetzt hacken das regt mich echt auf 15 los spooking er hat das Passwort dauernd vorweg ging doch immer gut weil ich überhaupt nicht okay Minimal area 3 healing heading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 me 0 0 0 0 0 0 0 0 contestant so rating Ich habe 30 Punkte Wissenschaft, warum ist das echt so schwer? Feeling ist scheiße Was ist das? Ok Postal Perfekt Yes Ja Schuss und Regeln So frischer meister verschloss den krieg ich überhaupt nicht auf die abbrüche 50 für Ok Maske, ok. Gees, für das. Teddybarn, yay. Das ist also noch genug da, was ich hier später noch aufmachen kann. Ich glaube, ich fahre mal besser. Ich glaube, ich fahre mal besser. Eddie macht das alles alleine, das ist schön. Das ist so viel, was ich haben will. Komm, mit Heuristen weg. Wie kann er liegen bleiben, ist eh kaputt. Den habe ich. Den habe ich. Oh, jetzt habe ich alles genommen. Will ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Ich höre gar nicht so viel. Ich glaube, ich nehme jetzt voll viel sonstiges dabei. Der Elektro-Schrott geht weg jetzt. Brauche ich halt nicht mehr. Obwohl, sieht gut aus. Okay. Okay. Da ist jemand da. Nein. Aha. Den habe ich mir eben geschnappt. Und wir haben gut Geld. Oh, eine Leckku habt ihr auch gefüllt. Aktivieren Lagerfeuer. Schlangen gepresst. Yay. Ja, schön doppelköpfige Kuh gebraten. Yay. So, verlassen. Ich habe es. Ja. Ich habe es. Bramin Steak. Schinschlamm ist voll teuer. Für mich. Altmetall aus Töpfen konnte ich auch herstellen. Nicht wahr? Kühlschrank. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sind Sie zufällig gekommen, um mich zu erretten? Ich würde mir dafür die Daumen drücken, aber meine Hände sind ganz taub. Ähm, ja. Sie müssen der Piotie Beagle sein. Oh ja. Sehr vergnügt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin hier in einer, äh, misslungenen Lage. Wäre Ihnen höchst verbindlich, wenn Sie mich freimachen könnten. Haben Sie Informationen über die Karne? Die mit einem Kerl in einem Karriertenanzug unterwegs sind? Gnädigste, ich glaube, ich besitze Informationen, die sich als nutztragend erweisen könnten. Sobald Sie meine Hände entfesseln, wäre ich mehr als glücklich, die mir bewussten Informationen mit Ihnen zu teilen. Äh, ist okay, ich werde Sie jetzt freilassen. Oh, na, äh, das ist ja großartig. Ich denke mal, ich mache mich auf die Fersen nach draußen. Die Luft ist doch etwas eng hier drin. Wenn Sie versuchen wegzulaufen, statt an meiner Seite zu kämpfen, dann bringe ich Sie selber um. Oh, äh, aber äh, gewiss doch. Ich würde nie zulassen, dass Sie meine Entführer mit meiner Hilfe bekämpfen. Äh, ohne meine ich. Äh, bitte Ihnen nach. Oh ja. Ja. So. Ich werde die Tür knacken. Dann bringe ich den erst mal raus. Nun, das war ja ein ziemliches Abenteuer. Diesen Sträflingen haben wir ein oder zwei Lektorate erteilt. Nicht wahr? Mich selbst aus der Versiegelung freizubrechen, natürlich ohne ihre Rolle dabei dämpfen zu wollen, aber das war schon spannend. Das Problem ist, Prim ist immer noch gesetzlos. Was tun wir, wenn uns die nächsten Raufbolde bedrohen und als Geiseln nehmen? Äh, können Sie mir etwas über den Mann im karierten Anzug sagen, der hier vorbeigekommen ist? Ach ja, meine Erinnerung ist schon viel klarer, jetzt wo ich entbunden bin. Ich schlich herum, ähm, sammelte Aufklärung und Informationen über einige Pulverbanditen. Da kamen die Großkarle mit ihrem Freund im Anzug. Sie sprachen über eine Lieferung von einem Kurier. Ich nehme an, das waren Sie. Sie sagten, sie seien unterwegs über Nipton nach Novak, um dort eine Kontaktierung wahrzunehmen. Äh, in Ordnung. Hey, 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 hey. Nochmals, hallo. Ich nehme nicht an, dass Sie sich entschlossen haben, Prim bei der Suche nach seinem nächsten Sheriff zu helfen. Vielleicht. Wovon reden Sie denn? Sie sind jetzt der Sheriff. Oh nein, ich bin nur der Deputy. Und ich kann kein Deputy sein ohne einen Sheriff. Das nennt man Befehlsverkettung. Was für Qualifikation braucht ein Sheriff? Es sollte jemand Tapferes sein wie Sie, aber mit mehr Bodenverhaftung. Jemand, der sich hier niederlässt und auf uns aufpasst. Ich hörte die Pulverbanditen von jemandem im Gefängnis sprechen. Meyers heißt er und soll Erfahrung als Sheriff haben. Vielleicht eine gute Wahl. Die RNK ist nicht weit. Die könnte man doch auch bitten, die Stadt zu übernehmen. Frage mich, warum wir nicht schon längst von Ihnen geholfen werden. Und wir schauen uns jetzt mal an. Wie kommen Sie denn? Die Who